Ich muss darüber nachdenken. Tut was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Assur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Was ich eigentlich gar nicht so schlimm finde. Oh, geil. Habe ich nicht gut gezielt. Oh, ja. Ja. Oh, 300 noch. Heilige Scheiße, ey. Hoffentlich gibt es da gleich Pferde direkt. Dass ich dann direkt hier, äh, mir das Pferd schnappen kann und abhauen kann. Dann brauche ich nicht so lange. Oh, ich glaube, ich bin hier ein bisschen falsch. Wo muss ich denn? Ach, kommt schon. Am Arsch. Oh. Zack, zack, zack. Gar nix, Maste. Ach, kommt schon. Platsch. Einfach ein Schlag. Ach, dachte es doch wohl... Verschonen. Bullshit. So, ich schnapp mir ein Pferd. Ich bin ja lange nicht mehr geritten. Ich hab ja immer das abgekürzt nach Möglichkeit, weil ich das angenehmer finde. Kann ich da rüberspringen? Juhu, cool. Ja. Ähm, hier hoch geht's, genau. Ich hab leider keine Ahnung mehr, wo dieses Assur war. Deswegen müssen wir das einfach so rausfinden, indem wir auf die Karte gucken. Denn Alter, ihr weiß das. Geh ich einfach mal von aus. Ab ins Königreich. Wenn sie einen starken Angriff kontern, ist ihr Gegner verwundbar. Besiegen sie ihn, indem sie... Immer nur die halben Informationen. Hallo? Ich würd ganz gerne galoppieren. Geht doch. Juhu! Und ab durch die Mengen. Yay! Scheiß drauf, Alter. Das ist ganz am anderen Ende, oder wat? Ach, du Scheiße. Direkt bei Arcon da. Hätte ich mich auch nach Arcon teleportieren können ins Unland und dann... Direkt hierher. Juhu! Ach komm, die erledige ich kurz. Ach so, absitzen, genau. Nein, absitzen. Wie die sich gegenseitig haltig gemacht haben. Alter, können die... Ah, kurz so eine kleine Armee erledigen. Ja, für mich ist es eine Zeitverschwendung. Ne, es macht Spaß, also... So gesehen doch nicht. Alter, wie viele hier sind. Das Pferd ist ja geil, ey. Hat es den einer eben noch getreten. Gutes Pferd. Und BAM! Alter, voll die Leichenberge hier. Scheiße. Ah! BAM! jetzt haben wir mal eben hier ausgerottet kurzerhand so muss das laufen genauso so wo lang geht es denn auch so gut einfach dem weg hier folgen alter das ist noch so weit meine fresse noch mal aber egal da müsst ihr jetzt durch das überspringe ich jetzt nicht extra robert werde ich gleich noch erledigen aber danach kommt ja noch was und davor werde ich eine kleine pause noch einlegen bevor es dann ans finale geht voll eine verpasst darauf habe ich jetzt keinen nerv noch gegen die zu kämpfen okay voll viele tote hier gerade aber verdammt hätte ich hochgekommen verdammt da hätte ich auch hochgekommen geht doch schon besser na wird sowohl los fährt hier ab durch die feindlichen rein ups nice sehr schön und na so geht doch okay das war natürlich ein scheiß start ich bin jetzt auch noch hier an oder was und halb weiter geht's auf geht's zum wo auch immer hin ja ich würde ganz gerne absteigen ja ich würde ganz gerne mal absitzen danke konnte hier kann ja auch ach kommst du doch nicht so den weg hier weiter reiten klasse jetzt entferne ich mich wieder ich hätte mich nach arkon teleportieren sollen das war irgendwie sinnfrei von euch jungs alle die bäume die sind ja alle abgeknickt warum entschuldigung war keine absicht naja wobei eigentlich schon ein assassine das bringt ja nun mal gar nichts da hätte ich auch bock drauf aber nicht jetzt dafür haben wir keine zeit ein assassine okay ein baum jawohl und damit sind wir in ich habe vergessen wie es heißt angelangt und es geht aufs finale zu oder hier aufs finale auf jeden fall ach so ok so alter dieser schießen den bogenschützen naja ich bin ein bisschen tödlicher als du heilige scheiße so kann ich jetzt denn hier durch jawohl ach macht es mir doch nicht so einfach hier oh gott habe ich die ganze zeit wirklich wo ich werfe die ganze zeit wurfmesser ich glaube es hackt man zack den habe ich direkt hier eine verpasst so weiter geht's ohne pferd ok juhu so ein spaß wie nett von denen dass sie mir opfer schicken die ich abwetzeln kann ach schön in your face in your face oh gekontert ja noch mehr irgendwie hier wohl nicht juhu wieder neue gegner ach komm schon und weiter geht's alter voll laut hier voll viel los oh ein toter templar bekämpfen die sich jetzt oder arbeiten die zusammen juhu direkt durch die verteidigung ja sehr schön ach man das ist doch viel zu einfach gerade freu mich schon auf den kampf gegen robert weil ich denke mal der wird noch schwerer sein als der gegen die frau die er geschickt hat ja Das war's für heute.